Die Niederlande drehen uns den Gashahn zu. In den Niederlanden, da liegt eines der Top 10 größten Erdgasfelder der Welt, was auch locker mal mit großen Erdgasfeldern in beispielsweise Russland mithalten kann. Das liegt in Gröningen und das soll zum 1. Oktober diesen Jahres geschlossen werden. Was der Grund dafür ist, was das für Auswirkungen sind, ob es Alternativen gibt, all das schauen wir uns speziell aus Investorensicht in diesem Video an. Wir werden auch eine Analyse des Gaspreises dabei haben, des Erstgaspreises, die gemeinsam mit unserem Partner, den Börsenlinien, entstanden ist. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut das Video gerne an. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass wir euch hier einen Mehrwert geben, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Jetzt starten wir aber direkt rein und schauen zuallererst mal in die Niederlande, denn dadurch ist dieser ganze Stein für dieses Thema hier ins Rollen gebracht. Wir haben euch schon kürzlich auf unserem Investorenportal axinocapital.de berichtet, dass in den Niederlanden eins der größten Erdgasfelder der Welt geschlossen wird. Der Grund dafür, der ist ganz einfach. Naja, dort sollen Erdbeben entstehen durch die Gasförderung. Und das soll auch schon viele, viele Häuser und andere Grundstücke beschädigt haben, sodass man jetzt sagt, alles klar, wir stoppen das. Jetzt kann man sagen, hey, in Europa sind wir doch immer noch in einer Energiekrise. Macht es so viel Sinn, da jetzt so ein Erdgasfeld zu schließen? Ja, offenbar schon. Das Gute ist aber, das sagen wohl Experten, dass innerhalb von zwei Wochen die Inbetriebnahme wieder losgehen kann. Das heißt, anders als bei uns, wo wir sagen in Deutschland, wir machen die Atomkraftwerke, die legen wir still, kann man in den Niederlanden relativ schnell agieren und im schlimmsten Fall im Winter dann also wieder die Produktion aufnehmen. Trotzdem, das Timing ist irgendwie ungünstig, weil wir immer noch keine Ideallösung als deutscher Sicht gefunden haben, wo wir jetzt zukünftig unser Erdgas dann herbeziehen. Ja, wir wollen jetzt LNG aus dem Ausland, am besten von den Amerikanern, was dort durch Fracking an die Oberfläche geholt wird. Das wollen wir mit dicken Schiffen hierher transportieren lassen. Ich glaube also, damit belasten wir die Umwelt, um ehrlich zu sein, eigentlich mehr, als wenn wir uns hier in der Region umgucken. Aber das ist das, wofür wir uns aktuell entschieden haben. Das heißt also, wenn hier das Erdgasfeld geschlossen wird, das könnte auch Auswirkungen auf den Preis haben. Und deswegen schauen wir jetzt direkt mal in die technische Analyse, die, wie gesagt, unser Partner, der Börsenlinie erstellt hat. Der gibt euch übrigens auch Trading-Nachhilfe, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut gerne mal dort vorbei. Wir sehen hier gerade in dem Chart, dass die erste Widerstandszone ungefähr bei 3,50 Dollar liegt. Und das könnte sein, wenn jetzt hier der Gaspreis in den nächsten Wochen und Monaten seinen Boden bildet, das müssen wir natürlich noch beobachten, dass wir diese Grenze von ungefähr 3,50 Dollar, 3,52 Dollar hier überschreiten könnten. Und jetzt ist natürlich dann die Frage, wie es weitergeht. Da sind wie immer auch wirtschaftliche Faktoren mit entscheidend. Ich habe es gerade schon angesprochen. Wenn also dieses Erdgasfeld dicht gemacht wird, dann könnte es sein, dass das nochmal etwas Schwung in den Sektor bringt, das Sentiment wieder nach oben bringt. Die Leute überlegen, Mensch, Gas, da könnte was gehen. Mehr Leute interessieren sich also für dieses Commodity und gehen rein. Und dann kann ein gewisser Schwung, ein gewisses Sentiment entstehen. Und das Ding kann von alleine sich in eine Richtung entwickeln sozusagen. Wenn wir jetzt also auch bei der 3,50 Dollar langfristig diese Marke brechen, also nicht nur einmal drüber gehen und direkt wieder runter, sondern wenn wir diesen Widerstand überwinden und uns dann auch einen gewissen Zeitraum über der Marke von 3,50 Dollar aufhalten, dann halten wir einen Aufschwung zur 5-Dollar-Marke durchaus für möglich. Das Ganze jetzt natürlich aus technischer Sicht gepaart eben mit den aktuellen Faktoren, dass wir wieder Richtung Winter gehen, dass das Gasfeld in den Niederlanden schließt. Das alles könnte den Preis also in Zukunft treiben. Das heißt, wir sind Stand jetzt eher bullisch auf Gas eingestellt und denken, da könnte demnächst noch mal was gehen, nachdem jetzt Öl und Gas in den letzten Monaten wieder ein wenig zurückgekommen waren. Derzeit befindet sich der Gaspreis bei ca. 2,50 Dollar. Das heißt, wenn wir jetzt hier von einem ungefähren Möglichkeiten von 5 Dollar sprechen, ist auch hier noch mal 100% Kurspotenzial möglich. Das Ganze ist wie immer keine Anlageberatung, sondern das basiert einfach aus technischen Analysen, sondern das basiert auf technischen Analysen, gepaart mit fundamentalen Punkten. Jetzt wollen wir noch mal aus Sicht des Europäer schauen. Jetzt fragt man sich vielleicht, wo können wir denn in Zukunft unser Gas noch herbeziehen, wenn der direkte Nachbar jetzt also dicht macht, wir von Russland nichts mehr wollen und wir eigentlich auch nicht unbedingt scharf darauf sind, uns ständig mit dem Tanker, uns das Ganze über das Meer schiffen zu lassen, müssen wir doch irgendeine Lösung in der Nähe haben. Tatsächlich ist das der Fall in Österreich. Dort gibt es auch Öl- und Gasproduzenten. Dort gibt es die RAK, die ÖMV und auch ADX Energy. Und wer den Channel hier aufmerksam verfolgt, der weiß, dass erst kürzlich hier ein Interview mit dem CEO von ADX Energy, nämlich Paul Fing, veröffentlicht wurde. Dort erzählt er ein bisschen was zum Portfolio. Der Firma geht ein bisschen auf den Öl- und Gassektor ein, denn es ist ein Öl- und Gasproduzent, aber auch ein Explorationsunternehmen. Ja, da liegt dann der große Hebel bei solchen Firmen. Und die sind gerade dabei, das Welchau-Projekt zu explorieren. Dort soll es hoffentlich bald losgehen. Dieses Welchau-Gas-Projekt, wie der CEO Paul Fink bereits im Interview sagte, das hat extrem großes Potenzial. Dort könnte sehr, sehr viel Gas liegen. Jetzt würde das vielleicht noch nicht unbedingt reichen, um uns in Deutschland oder gar ganz Europa zu versorgen. Das kommt auch von der Größe her garantiert nicht an das Erdgasfeld in den Niederlanden rein. Aber solche Lieferanten, auch aus Österreich, könnten durchaus dazu beitragen, dass wir uns als Deutschland immerhin teilweise diversifizieren, teilweise unabhängig machen von Ländern, die wir jetzt nicht zwingend als Lieferanten haben wollen und auch dafür sorgen, dass wir weniger Erdgas per Schiff zu uns transportieren müssen. Das Ganze ist keine Anlageberatung. Wir wollen euch hier informieren über den Sektor. Wir haben immer das Gefühl, man muss möglichst viele Puzzleteile zusammensetzen, um zu verstehen, wie sich ein Markt entwickelt. Das Ganze nur aus technischer Sicht zu betrachten, das kann funktionieren. Das Ganze nur aus fundamentaler Sicht zu betrachten, das kann funktionieren. Packt man aber beides zusammen, was wir eben mit der Analyse des Börsenlinjas und unser Rohstoff-Know-how der letzten 35 Jahre machen, dann kann man da einige Puzzleteile zusammensetzen und sagen, Mensch, wenn es wieder Richtung Winter geht, könnte also das Gasthema durchaus interessant werden. Ich bin ganz gespannt auf eure Einschätzungen. Sagt ihr, naja, so ein Erdgasfeld aus den Niederlanden, das hat vorher keiner gekannt. Das wird wahrscheinlich auch jetzt nicht die große Panik am Gasmarkt auslösen. Oder glaubt ihr, dass genau das dafür sorgen kann, dass ein gewisses Sentiment entsteht und wir dann vielleicht sogar die 5-Dollar-Marke sehen können. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Ergänzungen zu dem Thema habt, dann lasst es uns ebenfalls gerne wissen.